Große Gott, die erlogen geht, Herr, wir weisen deine Stärken vor dir nahen. Danke, danke, ich kenne dieses Lied, aber es wird mir Zeit für was Modernes. Ich sag euch eins, Chaos, 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 es sind schon wieder ein paar Tote bei mir oben im Himmel, die muss ich erst mal einteilen, Chaos. Ja, was sag ich mal, was, du Mädchen, du komm, die, ach, so ein hübsches Engelchen-Gesicht, zu schade, mit 19 schon sterben zu müssen. Da vorne ist der Wellnessbereich, geh, anklicken. Und du, mein lieber Freund, sag, wer hat dir denn das angeschafft? Lucifer. Lucifer, zu mir. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Lucifer, Lucifer, bist du? Ja, Gott, da. Ich bin bereit, schon. So, mehr. Das ist schon wieder ein Mädchen aus dem Steinbruch, das. Das ist jetzt schon die zweite. Zuerst die Katharina und jetzt die Luise. Da steckst sicher du dahinter. Du hast ihm das sicher an. Du hast es ihm befohlen, nicht wahr? Warum hat er schon wieder die Feischung gebracht? Ach, hör doch auf, du bist immer an allen schuld. Du, alte Hure. Hey! Hey! Uh, uh, auf, Hörnir zwei. Ich zieh euch die Ohren lang. Ich zieh euch die Ohren lang. Ihr seid ihr in den Geist. Ich bin einleiniger. Ich bin einleiniger. Ich bin einleiniger. Oh, war das jetzt die Reformation? Applaus